Musik Ein Lama, der die Gruppen von sich wirft und mit der Meute Party feiert, so etwas erlebt man, wenn die Riding Crocs am Start sind. Das waren sie am 3. Juni-Wochenende im Crockland auf der Goldbachstraße zum Sachsenring-Compri-Wochenende. Die große Sachsenring-Party begann vielerorts wieder am Donnerstag, unter anderem für die Schüler der Schule am Sachsenring. Da auch in diesem Schuljahr wieder der Grand Prix auf dem Sachsenring während des Schuljahres oder während der Unterrichtszeit stattfindet, haben wir wieder zwei tolle Tage für unsere Kinder geplant. Was heute beginnt mit unserer Grand Prix Party auf dem Schulhof, wo wieder ganz viele Attraktionen für unsere Kinder geboten werden. Und wir werden dabei von ganz tollen Partnern unterstützt. Unsere Netzwerkpartner sind die Kinderhilfe Lichtenstein und die Euro-Schule aus Hohenschön-Ernsttal. Die unterstützen uns mit vielen Attraktionen. Ja, und wir freuen uns nachher auf das Brüssel-Team. Genau, um 11 Uhr wird uns wieder das Brüssel-Team besuchen. Die Kinder sind schon mega aufgeregt, haben wieder ganz toll das Schulhaus zu den zwei Fahrern gestaltet, der Gang entlang und die ganze Turnhalle ist natürlich auf diese zwei Fahrer ausgerichtet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Den einen Rennpiloten durften die Schüler schon im vergangenen Jahr kennenlernen. Den Spanier Xavi Artigas, der seit 2022 für das deutsche Brüssel-GP-Team in der Moto3-WM an den Start geht. Der zweite Rennpilot. Wir haben dieses Jahr Joel Kelso, kommt aus Australien und er ist jetzt im zweiten Jahr in der Moto3. Und neben Xavi Artigas, der jetzt das zweite Jahr bei uns fährt, ist er halt jetzt an seiner Seite. Motorradsportler lernten die Schüler in den letzten Jahren schon so einige kennen. Ja, das ist an unserer Schule ja schon eine langjährige Tradition, die durch unsere ehemalige Kollegin Rita Reis begonnen wurde, dass hier wirklich schon viele bekannte Fahrer uns besucht haben. Das war unter anderem Max Neukirchner, Jonas Volker, Sandro Cordese und auch Maximilian Kappler, Tom Lüthi und noch viele mehr, die also unsere Schüler schon sehr schöne Autogrammstunden, erlebnisreiche Autogrammstunden beschert haben. Trotz der vielen Begegnungen ist der Sachsenring-GP-Donnerstag noch immer etwas ganz Großes an der Schule. Der zweite Höhepunkt ist natürlich dieser Freitag, wo wir auf den Sachsenring dürfen. Dafür bedanken wir uns vor allem bei der Sachsenring-Event GmbH, die uns jedes Jahr diesen Besuch kostenlos ermöglicht. Und das ist für uns eine ganz große Ehre, dass wir diese Möglichkeit erhalten. Das Thema Sachsenring steht nicht nur am Grand Prix-Wochenende auf dem Schulplan. Die Vorbereitungszeit beginnt eigentlich schon im März, indem wir wieder Kontakt zum Brüssel-Team aufgenommen haben, um anzufragen, ob sie uns wieder besuchen würden. Herr Brüssel war sehr erfreut und hat dem zugestimmt. Und von diesem Zeitpunkt an beginnt dann die Planung des Festes, der Autogrammstunde und der gesamten Anfragen auch an Unterstützer und Sponsoren, damit wir diese zwei Tage durchführen können. Für die Schüler ist es ein riesiges Kinderfest mit viel Spiel und Spaß. Ein besonderer Dank gilt hier vor allen Dingen unserer Schulassistentin, der Frau Müller, mit ihren Praktikanten, die wieder eine ganz tolle Gestaltung unseres Schulhauses gewährleistet haben, die die Turnhalle geschmückt haben und die Kinder haben im Kunstunterricht Zeichnungen vorbereitet, haben Drucktechniken gemacht, die alles mit dem Thema Sachsenring zu tun haben. Vorbereitet hatten die Schüler außerdem einen großen Fragekatalog. Es war nicht wenig, was sie von Xavi, Artigas und Joel Kelzu wissen wollten. Sachen aus ihrem Rennpilotenleben, aber auch Privates. Für die zwei Moto3-Fahrer eine Abwechslung, da sie sich sonst von Pressevertretern Löcher in den Bauch fragen lassen müssen. Das Brüssel-Team war wieder gern zu Gast. Ja, jetzt schon das zweite Jahr hier in der Schule am Sachsenring. Es ist immer wieder schön, was an Vorbereitungen getroffen worden mit den Kindern und dann mit unseren zwei Fahrern jetzt wieder ein neues Programm aufgestellt dieses Jahr. Es ist ja sehr schön, hier zu kommen. Direkt am Sachsenring beheimatet, nämlich in Oberlumitz, war es für das Team sozusagen ein Heimrennen. Was den bisherigen Saisonverlauf angeht. Momentan sind wir zufrieden. Wir sind aktuell in der Meisterschaft mit Xavi 8. Aufgrund von Joel von dem Ausfall in Portimao mit dem Sturz haben wir zwei Rennen aussetzen müssen mit ihm. Und somit haben wir einige Punkte liegen gelassen. So sind wir 19. Er muss halt viele Punkte gut machen jetzt im nächsten Rennen. Aber es stehen noch viele Rennen vor uns. Deswegen kann man dann wenig jetzt sagen. Aber bisher sind wir echt zufrieden. Wir hatten ein Podium in Orsten mit Xavi und haben auch in Mugello und Qualifying zweiten Platz eingefahren. Somit sind wir happy und sind bereit für den Sachsenring. Für das Heimrennen hatte man sich einiges vorgenommen. Auf jeden Fall hier vor heimischer Kulisse weit nach vorn zu fahren. Das kommt natürlich, die Trainings sind für uns wichtig, dass wir dort gut abschneiden, gutes Qualifying hinlegen, beide vielleicht ins G2 schaffen und dann im Rennen halt vorn angreifen, in der vordersten Gruppe mitkämpfen und dann eventuell in Top 5 oder im Podium noch rausspringen. Das war natürlich super schön hier in der Heimat. Auch wenn man bislang ganz zufrieden mit der Saison war, gibt es trotzdem noch einige verbesserungswürdige Dinge. Wir hatten halt versucht immer, dass beide zusammenarbeiten. Das war unser erstes Ziel dieses Jahr. Aber oft ist das Problem natürlich, dass andere, wenn du halt schnell bist in der Meisterschaft oder gut vorn dran bist, dann fahren natürlich andere mit. Und da müssen wir uns noch ein bisschen verbessern, vom Timing her, von der Strategie von den beiden. Und das haben wir auch in Mugello gesehen. Da haben wir eine große Strafe bekommen in Mugello. Wir wurden dann zurückversetzt in der Startaufstellung. Da lief der Plan überhaupt nicht gut auf. Da müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir halt in den Qualifyings bessere Zeiten auch allein fahren können. Und im Rennen natürlich, vor allem bei Joel, noch mehr für die Renndistanz arbeiten in freien Trainings. Dass wir da im Rennen konstant schnelle Zeiten fahren, dass wir immer vorn dranbleiben und nicht abreißen lassen. Das sind eigentlich so ein bisschen, die zwei Themen sind für uns wichtig aktuell. Auf dem Sachsenring fand das siebte von insgesamt 20 Rennen statt. Die sächsische Rennstrecke ist... Die kürzeste, denke ich, in meinem Kalender nach wie vor. Ist trotzdem herausfordernd mit den vielen Linkskurven. Aber ist eine schöne Strecke. Und die zwei freuen sich drauf. Und ja, werden wir sehen, was passiert. Am Sachsenring-GP-Donnerstag mussten sich Xavier Degas und Joel Kelzu erst einmal anders sportlich beweisen. 3, 2, 1, ready, action. 3, 2, 1, ready, action. Das war erst der Anfang der großen Sachsenring-Party. Die Kulisse am Rennwochenende. Ja, die sind mal überwältigend hier. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, viele Fans. Und wie letztes Jahr. Und da freuen wir uns drauf. Und wir haben uns was Schönes überlegt. Für Sonntag, für Rennsonntag. Hier für die Region, für Deutschland. Umso besser halt. Da wird es spannend. Mit über 233.000 Zuschauern konnte in diesem Jahr ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Besucher, die abends auf den vielen Partymeilen anzutreffen waren. Eine ist jährlich der Hohenstein-Ernst-Taler-Alpmarkt. Dort mischten diesmal am Freitagabend als erste Stereo-App die Massen auf. Mit Songs, denen die zwei DJs zum Durchbruch verhalfen. Und anderen, deren man sich nun wieder erinnerte. Jetzt nur die Mädels. Und mit Schleuzerbeuch. UnaJedinst-Taler-Alp Nichts-Holland, das ist regelje pross Kronek. Und Sounds. Junden drin, 23 Alexa Glass, die skype Brooklinik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Applaus